Hast du dich nie gefragt, was uns noch da draußen erwartet? Es war ein Wunder auf der Welt, jenseits unserer Pfade. Ich kann es spüren. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Amazon Prime hat einen zweiten Teaser-Trailer für seine Mittelerde-Serie, Die Ringe der Macht, veröffentlicht. Die Handlung ist im zweiten Zeitalter, tausende von Jahren vor den Ereignissen der Herr der Ringe und der kleine Hobbit-Trilogien angesiedelt. Erzählt wird, wie die 20 Ringe der Macht geschmiedet und Bündnisse in der Zeit des Friedens geschlossen werden. Der Plot folgt einem Ensemble von unterschiedlichen neuen und alten Figuren in dieser Welt, darunter den noch jungen Elben Galadriel und Elrond. Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht läuft ab 2. September auf Amazon Prime. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.